Dieser Renault Katja mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 131 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 4,9 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.